Was ist das für einen 3-jährigen Transfer? Einer 3-jährigen Transfer erklären? Das ist eine gute Frage. Menschen wissen ja unterschiedliche Dinge. Menschen arbeiten in unterschiedlichen Berufen, sie haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht in ihrem Leben, je nachdem, wo sie tätig sind, wo sie arbeiten. Und wenn jetzt Menschen zusammenkommen, dann haben die ganz unterschiedliche Ideen zu bestimmten Dingen. Und Transfer bedeutet, dass Menschen aus ihrer unterschiedlichen Vergangenheit heraus, aus ihrer unterschiedlichen Erfahrungen miteinander sprechen und Ideen gemeinsam weiterentwickeln. Und da kann jeder das, was er weiß, einbringen, und das weiß vielleicht der andere nicht, und der weiß aber dafür andere Dinge.